Wir haben eine gute serbische Mannschaft gewonnen, haben überragend gestartet, ich glaube das hat auch jeder gesehen, aber natürlich haben wir dann sich ein bisschen mehr ins Spiel kommen lassen, haben nicht mehr das gemacht, was uns in den ersten 30 Minuten so richtig stark gemacht hat und am Ende des Tages ist aber trotzdem das Spiel gewonnen und das ist, wie wir alle wissen, im Fußball das Wichtigste, sechs Spiele in Folge gewonnen und das heißt schon was.